Der FC Barcelona hat in der Champions League 1 zu 1 gegen Inter Mailand gespielt. Joker Malcom sorgte dabei für ein Kuriosum, der Neuzugang von Giroudins Bordeaux traf mit seiner ersten Ballaktion in der Königsklasse überhaupt, nur 114 Sekunden nach seiner Einwechslung. Der Brasilianer war in der 81. Minute für Ausmane Dembele gekommen. Durch seinen Treffer führen die Katalanen die Gruppe B weiter souverän mit 10 Punkten an und haben sich als erste Mannschaft überhaupt für das Achtelfinale qualifiziert. Champions League Barca muss als nächstes in Eindhoven ran drei Zähler, dahinter liegen die Nerassuri. Der Tabellendritte Tottenham, der durch zwei Kane-Tor gegen die PSV Eindhoven gewann, steht bei vier Zählern. Am nächsten Spieltag in der Gruppenphase muss Barca zu den Niederländern reisen. Zeitgleich empfangen die Spurs Inter. Mehr zum FC Barcelona